Und wunderschönes herzlich willkommen in einem kleinen Adventure Minecraft-Retimap mit Senils. Das ist ein Auge im Haar, ne, ein Auge im Haar, ja. So, wir spielen die Map Sandstone Caverns. Genau, und wir leisern uns jetzt diese wunderbaren. Fangen wir hier, hier, wer lesen will, please, go and blah, good luck, dacke. So, rules, no breaking of any block, unless or otherwise told so. Only torches, curb webs and sand may be broken. Once a block is placed, it may even be replaced. Genau, Stefan. Any item found in chest may be used. Die Schleimbells sind, ja, ist es das, ja, die, genau, die Schleimbelle sind das Scoresystem, das brauchen wir nicht. Wir spielen auch auf Türen, so wie wir es genug sind, einfach spielen, war. The course we can choose, difficult, DVD game. Check. Okay, wir müssen uns zu holen. Es ist nachts. Und es ist nachts. Ja, wir haben das spezielle Texte-Pack drin, für diesen Look for Difference. Some parts have checkpoints. also wir wollen das ja eigentlich direkt übersetzen ja also in diesem fall wer das dann sucht nach unterschieden wie man schon ja ja es gibt 28 versteckte truhen und da hier schon stand dass wir dann zerstören dürfen preis preis und steht hier noch was wichtiges 34 34 und das kommt 34 betragen am Ende ja das schaffen wir nicht kann man hier noch hoch Loll wird tortsches Aort genau so wie er sich als er eben bestimmt runtergeschossen gleich von uns gelät dass wir es jetzt wo nicht die Endermann das auch eine Truhe aber da kommen wir nicht dran oder Neweil ein Stein drüber ist vor allem vielleicht kommen wir von innen irgendwie dran inzwischen schieben Pisten die Dings weg aber wir gehen aber später noch zum Spawn genau wenn es geht naja wird schon da fahren aber Sand komm mal dahin komm mal dahin da ist Sand ja ok wie kommst du denn hier rein Schätzchen ja sie ich ja auch Leute ähm Klausse ist jetzt hier gespawnt und dass sie da drüber geklettert glaubt die ist da drüber geklettert weil ich glaub in 25 oder in 10 oder in 5 oder in gehen ich kann auch wieder raus es ist dunkel hier äh I would receive wie wir sind Sariadus Born ja ja wegen der Gäste wahrscheinlich Wolle ja das ist Sonnstern und Wolle ähm ist hier vielleicht noch irgendwo ne ich glaube es war es ok 7 6 5 4 3 ich wäre für die 4 für die Fausten und Plästchen Block so nahe ich äh ich äh weiß nicht ob das die 4 weil die 4 ist so in der Mitte ja und ich wäre für die 4 ja ist richtig glaube ich ja ja gute Idee hab ich also ja also ähm nee wie sollen wir denn da jetzt irgendwie wieder reinkommen 4 wieder hoch 3 hey guck mal ich hab Pfeile hab ich kann das sein dass ich genau die falsche Nummer gesagt hab ich hab jetzt 3 angeklickt aber ich glaub du musst ja genau ach Stefan es irritiert mich halt das ist das denn ich seh ja hier nix mach doch die nicht viel boah das geht nicht mann du machst die viel immer wieder an ach 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 was ist das denn ich seh ja hier nix ach ach wie viele sind denn da drin und wo kommen die überhaupt her ja da gehen die gehen ja okay muss man sich sowas merken jetzt ne da ist das muss man sich jetzt sagen wir das aufschreiben ah ne da und kann das sein dass die Musik viel zu leise ist 2367 kann das sein dass man die auch doppelt hört irgendwie ich hoffe das ist jetzt wenn ich das jetzt hier mache nicht irgendwie ich schreibe das eben hier bei den gewinnern ne Nehmen wir einen extra Zettel. Ich hoffe, das ist in Ordnung, weil wenn wir die Soundeffekte so laut hören, dann sollten wir die Musik theoretisch auch etwas lauter stellen. Ich hoffe, das ist hinterrichtig, sonst muss ich das leiser machen. Der Stift schreibt nicht. Ja, das ist ja auch... Schätzchen, das ist ein Stift für ein Tablet. Nicht für ein Papier. Kann ich halt wissen, aber... Eins, drei, sechs, sieben. Na, sieben, sechs, ja. Jazzy. Ne, fucke. Ich bin ja dafür, dass wir die ganzen Pfeile rein... Ach stimmt, die können wir da rein tun. Tick 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 tick. So, den Sand weiß ich nicht, ob wir mit dem Wald... So, den Sand weiß ich nicht, ob wir mit dem Wald verhalten. Ja, aber halt einfach. das ist eine torch denke ich meine ja gut dürften jetzt glaube ich theoretisch nicht mehr wieder abbauen stand ja in den regeln aber ich will jetzt nur gucken ob das wirklich nehmt du darfst ja nur nicht die pläsen in einem abbruch ist ach so ja okay nö das macht das ist samt oder nicht wir gehen schon davon aus dass man da wahrscheinlich gibt es dann erster auf oder so ich bin überall reinwerfen deswegen hätte ich nicht direkt alle 48 reingeworfen ach so das habe ich jetzt auf raute ach guck mal das war ja der hammer ich hoffe wirklich dass die musik passt und ich hoffe auch du nörd hat ist keine block es passiert mir doch nichts den abbauen darf ich dir nicht nur ist das santa ich glaube das war nur eine info aber hier haben wir sand das ist auch sand scheiße ey guck mal im kompass guck mal guck mal und eisenhaarig jetzt sind wir eisenhaarig ja naja höhe egal so 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 gehen wir jens stark damit zu hohen und wenn wir jetzt da oben hier auch mal ein reihenwerfen sollen über die raumt das ist es so die lüge an die das zu brechen ab und ich habe gerade mal hier kitzel da du darfst du brechen unter ist darunter ist irgendwas darfst du brechen mit dem ja das weiß ich doch musst du machen mit schwert ne nicht mit schwert doch dann ist doch das ist doch schwert schnell weg das ist ein heulsschwert du meine her wo wollen wir denn hingucken wir uns mal um da hinten ist das sieht nach aus nach spinne oder so das ist kisten das ist schalter ja oder schalter schalter ist immer vor der drei ist ein schwerer aber ich würde sagen wir gehen trotzdem ein Stück mehr herrigen kisten ach du scheiße so dass nur ein lichtbar wegen fackeln das mann das sind konzern ähnlich hoch ja da kann ich nicht hoch du musst durchzunehmen die aber so schnell ich konnte gar nicht reagieren umgekehrt sand abgestattet ist das soll jetzt ist nämlich das schulschwerte und schwert die ist glaube ich nicht mehr so viel nichts gar nichts warum diese nicht in die zurückdämpfe ist das auch nur das ist doch jetzt fast wieder kaputt das gold wird ja und und ist hier noch was nein sicher da hinten sehe ich noch eine truhe ah ne es ist nur ein glowstone ach guck mal wir gehen man hätte ja auch einfach so durchgehen können ja da ist aber die truhe so mal noch ein gold für die auch na das passt ja wieder das ist aber wenn wir hier schon so viele sachen kriegen dann äh äh heißt das doch schon fast dass hier gleich irgendwie voll die party bei den monstern ist n so mega das schon weiter spielen ja dann super da lang ja nein doch die haben wir noch aufgemacht oh ne oh ne oh ne oh ne oh ne tu generator von rechts ich bin nett ihr dürft mir nichts tun denn man der und ja in also ja das ist Ah, ah, don't touch this kind of block, you know, you know, you know, you know, know why. But why is there the light off, and why is the music, I don't know if you hear the music. Yes, music is on. Yes, but, but you hear sound effects louder as the music, and I don't know if I jetzt make the music louder. That's your decision. Then I must maybe hinterher in the eye. So, I think it's okay, but it's much louder than Sa, it's Sa, it's Sa, it's Sa, it's Sa, it's Sa, it's equal. Sonst hab ich immer so auf 6 und jetzt schütz auf 30. Guck mal, die sind beide aus, da, ne? Hach. Da wir irgendwo do, ne? Ja, da muss er. Ach, nicht X, Stefan. Ah. Irgendwann ist aufgegangen. Der hat halt's gebracht. Okay. Boah, da hab ich aber Glück gehabt jetzt. Oh, Sand, Sand. Ja, Sand, Sand. Nee, kein Sand. Hä, was ist das denn? Ach, das sind diese anderen Sandstorms. Was ist denn jetzt ebenso aufgegangen? Sandstorms. Ich hab doch da... Heiliger Penis-Creeper. Äh, ich hab doch da irgendwo... Irgendwo hab ich doch da jetzt der Piste gehört, du. Da, ah, jetzt... Was ist das? Da, Kiste. Muss man nehmen. Ach, guck mal, da sind die haben wir denn. Ha. Das ist ein Lever. Glück, 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 Glück. So, der Lever, den tun wir... Den... ...leger. Den können wir jetzt hier ja... ...irgendwie in irgendwo blazen, aber ich denke mal hier... Sicher, ja. Sonst hast du aber auch... Die, die zwei müssen so gut, oder? Huch, 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 huch. Oh ja, der geht ab, der geht ab, aber ich nicht... Aber ich... Aber ist das, das ist das jetzt so gewollt? Ja, ja, das ist so gewollt. Das ist der Generator, der muss abgehen. Wenn ich da jetzt... Oh, das geht gar nicht so zu schnell, ist das ja gar nicht checkt. Nee. Aber ich... Ich muss die Tür aufgeraßen. Ja gut, das ist natürlich jetzt hier in so einem Sandzeug, ist das natürlich klar, dass hier so ein Generator steht. Das war ja früher in den Pyramiden, hatten wir es ja auch. Die ganzen Pfeilen mussten ja auch irgendwie betrieben werden. Ach, total. Das nervt jetzt aber ein bisschen von der Lautstärke. Was ist die Musik? Nee, den Generator. Den auch, ja. Hättest du ja wieder ausmachen können. Nee, der ist auch ausmachen. Ja, den hätten wir nicht mehr rausgekonnt. Biste bitte leise da draußen, das nervt. Das ist kein Sand, der wird sonst runterknallen. Press to view code. Press if combination is failed. Ah, I think I... Ach du Scheuse. Da muss ich mich immer so hinstellen, dass ich den auch sehe. Unten rechts, links oben würde ich sagen. Ja. Unten rechts. Und dann rüber. Rechts oben. Na, ist offen. Tada. Das war jetzt aber... Easy. Minder mäßig schwer. Minder bemittelt. Press use your counting skills. Ach, ich kann noch gar nicht zählen. Check this science device. Because of the... War ab 18 von 32 oder so? Ja, äh, äh, 28. 34. 34 oder 28? Ah, ja. So. Es war vorher am Auge. Der Objektive is to get the water running. In order to the... This you must complete vier tasks. Vier tasks. Each task lies at the end of each hallway. The answer to each hallway can be found in the hallway opposite. 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 Let's write it, please. If the light turns on, you have done the correct... The task correctly. Turn the light on! If you read it, you don't even know what you read. You have the numbers. There are still numbers. Yeah, I know, I know. Oy, oy, oy. Go back, there were still numbers. Yeah, first of all, look. Let me look, please. Yeah? So, what's still here? Puzzle 3. Puzzle 3. I think we should do that with the Sinter, right? The object to get water... Also, we should let the water in the... In the holes. Laufen lassen. Huh? To get the water running. Which task? Each hallway can be found. Yeah, I think, why should we do that already press? I don't think we should do that already press. No. Oh, oh, you have to complete one task. And then you can press the number. Oh, I think that water comes out. No. Yes. So, where are we going? Puzzle 1. That's already Puzzle 1. Counting skills. 4, 3, 2, 1. Ah, I'm going to press the 3. Then 1. Then 4. Nee, dann 2. Dann 4. Und dann bist du fertig. Hat man gesehen, ja. Ah, hat auch... ...nicht so ganz funktioniert. Ja, ich... Reset. ...versteh jetzt noch nicht so ganz, was wir hier... Da musst du, glaube ich, nicht hin. ...und warum da überhaupt ne Dings ist. Oh, nee, boah, gut, dass wir nicht die falsche Kombi gemacht haben, ey. Oh, ja. Gut, ähm... Na, machen wir erstmal Tasken, kurz. Okay, jetzt. Huh? Puzzle 3? Ja, eben, Check-Sense. Da stand doch gerade Check-Sense. Signs twice. 1, 3, 3, 4, würde ich sagen, mal, ne? Aber der hat dann auch das Schild, nicht die Schilder. Ach, ihr habt doch auch keine Ahnung, Mann. Okay, dann mach ich erstmal, oder? 1, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5. Drei. Drei. Eins. Okay, dann gehen wir erstmal hin, Freunde. Hier, das sah sympathisch aus. Naja, doch nicht so ganz, ne? Was ist das? Blumen. Bluten. Wenn da jetzt... Oh, nee, das ist ein Creeper. Und das Zombie. Oh, das war nicht gewollt. Ne, sowieso nicht. Deswegen hasse ich das ja auch, wenn du Monster in der Map anmachen sollst. Weil dann kannst du echt... Gegen Creeper kannst du da nicht viel tun. Gute Soft Easy spielen. Das finde ich nämlich immer echt kacke. Da kannst du einfach nichts führen. Wenn dann Redstone kaputt geht, hast du echt... Ja, Sparte. Ja, gut, da war ne Kiste. Da war ne Kiste. Na, egal. Es muss man eh. Ist ja egal. Oh, der ist aber schnell, du. Das ist doch easy. Das wäre ein Loch hier noch größer gewesen. So, haben wir denn... War da jetzt vielleicht ein wichtiges Signal... Schild, was wir jetzt vielleicht... Ne, da war gar kein Schild. Nur Loch 2. Dann knall ich einfach. Ja, vielleicht sollten... Konnten wir hier auch noch gar andere zwei. Du hast doch noch Fack mit. Aber doch bestimmt irgendwie... In welchen Raum wir gehen sollen oder sowas. Das Paus auf die Scheiße. Ich ruf mal rein. Ja, dann gehen wir mal einfach in die erste... Ach so. Ach so. Sollen wir benutzen, wenn alles schief geht. Alles, alles. Alles.